Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge. Let's play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten und Jo. Es ist wieder soweit. Der nächste Monat steht im Start. Der letzte Monat war ja einen Tag länger. Wir hatten ja den 29. Februar. Man sieht an Clash of Clans mal, wie schnell so ein Monat vorbei geht. Aber heute ist es soweit. Die Uhrzeit-Queen ist da. Also der Skin ist dort. Ich weiß nicht, so hier und da wurde er ja vorher schon geleakt. Ich finde es sehr gut, muss ich sagen, dass die Skins so ein bisschen angepasst wurden bzw. ist ja jetzt neben dem Uhrzeit-King und den Uhrzeit-Worden jetzt auch die Queen als Uhrzeit gibt. Und naja, was liegt danach, dass im nächsten Monat vielleicht auch die königliche Gladiatorin einmal einen neuen Skin bekommt. Aber nichtsdestotrotz war ja Seasonende. Ich hoffe, ihr habt heute Morgen keinen Schock gekriegt oder so. So nach dem Motto, ach hey, ich habe mir nicht alles abgeholt. Ich habe mir alles abgeholt und die nehmen wir mal eben mit. Und ich werde mir natürlich auch wieder den Pass holen, denn der Pass ist für mich zumindest hier im Rathaus 13 und auch beim Rathaus 12. Ich will nicht sagen Pflicht, aber ich habe damit angefangen und ich habe nur diesen einen Kaufskin nicht. Aber die anderen Skins hole ich mir eigentlich alle. Aber nicht nur wegen der Skins, sondern wegen dem Pass. Der Pass hilft wirklich. Und ich kriege auch jeden Monatsanfang, wenn der Pass ausläuft, erst mal einen kleinen Schock, was das alles, was wieder plötzlich alles kostet. Aber ich muss auch nicht mehr viel machen. Ich muss auch nicht mehr so viel machen, aber erst mal muss ich folgendes machen. Ich muss erst mal einen Pass kaufen. Also hier sehen wir zumindest schon mal den Skin. Wer gestern Abend bei mir im Livestream war, der hat den auch zu Anfang schon gesehen. Beziehungsweise nicht, dass ich ihn gehabt habe, sondern dass man ihn bekommen kann. Und wir wollen uns erstmal einen Goldpass holen. Aber bevor wir den Goldpass holen, gehen wir einmal kurz in die Einstellung und supporten natürlich jemanden. Also wir supporten jemanden. Toto geht glaube ich immer noch nicht. Verdammte Hux. Okay, dann nehmen wir nicht Toto. Dann nehmen wir halt Sky. Ist egal. Dann nehmen wir halt Sky. Der wird supportet. Das müsst ihr alle sieben Tage erneuern. Denn das ist nicht dauerhaft drin, sondern ihr müsst jeweils dann den nächsten Content Creator nehmen oder was auch immer. Wir supporten den mal. Und da gehe ich jetzt mal in Shop rein. Beziehungsweise nicht in Shop rein. Ich wundere mich übrigens immer, wenn ich in Shop reingehe, dass es immer zum Monatsanfang hier diese netten Pakete gibt. Jetzt weiß ich auch warum. Damit die Leute sich Gems kaufen können, um den Pass natürlich hier komplett einmal durchzugeben. Das heißt also bis hier hinten hin. Man muss hier übrigens nicht gucken, was gibt es, was gibt es, was gibt es. Das macht jetzt nur den Hut der Thorsten hier. Sondern man kann hier direkt in die Rewardliste reingehen. Da sieht man, was einen erwartet. Zumindest in dem Goldpass. Und naja, also diesen Monat, ich finde den Pass eigentlich gar nicht schlecht. Ich fand den Pass noch nie schlecht. Nur, es gibt diesmal keine Goldruhne, Leute. Ich hatte gestern auch im Stream gesagt, ich glaube, es gibt wieder was mit für die Bilderbase. Und naja, ist so ein bisschen gemixt. Es gibt halt hier unten eine Rune für das Heimatdorf. Und auch eine dunkle Rune ist natürlich nicht schlecht. Und es gibt diesmal wieder eine Rune des Elixiers. Wer da noch ein bisschen was im Nachtdorf machen muss. Aber ich gehe jetzt erstmal den Goldpass holen. Und 5,49. Ich will mal gucken, ob das hier überhaupt klappt an dem Ding hier. Aber ich glaube, ich habe jetzt meine Zahlungsmittel hier hinterlegt. Und ich kann den eben mal kaufen. Du bist jetzt startklar. Dein Kauf war erfolgreich. Hurra. Damit haben wir den Goldpass gesieft. Und dann können wir hier wieder fröhlich reinspielen. Ich meine, klar, ich könnte mir den Goldpass auch mal geben. Dann hätte ich den Skin jetzt schon. Aber das ist ja eigentlich nicht Sache des Erfinders hier. Sondern ich finde, den erspielt schon ganz in Ordnung. Ich finde, den erspielt, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Und wir wollen aber erstmal ein bisschen was ausgeben. Denn mein King geht endlich auf seine letzte Reise. Also, ich gucke gar nicht hin, was das alles kostet hier. 280.000, das war gestern noch günstiger. Egal, wir nehmen die 280.000 hier rein. Wir nehmen das Buch. Damit haben wir ihn auf 69.000. Und ich habe hier noch einen Hammer. Acht Tage. Acht Tage habe ich noch nie gesehen. Acht Tage habe ich noch nie gesehen. Sehe ich jetzt das erste Mal. Ein Held braucht acht Tage. Okay. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich so ein bisschen Goldpass verwöhnt bin auch. Aber egal. Dafür war der Hammer gedacht. Und jetzt haben wir den auch auf Max Level. Also, die Liga kann kommen. Und jetzt muss ich aber eben mal was fordern. Beziehungsweise mal kurz was spenden. Beziehungsweise wir fordern erstmal Bodenwut. Und damit wir hier auch im Pass unsere ersten Sachen kriegen. Ja, das erste ist wieder die Gem Donation. Die holen wir uns recht zügig hier. Wir gehen mal hier ins dunkle Dorf. Und gucken mal, dass wir da eben einen Gegner machen. Ich weiß, dass es das Nachtdorf weggucken oder skippen. Ich müsste das jetzt in mein Video reinschreiben. So nach dem Motto, ihr müsst bis zur Minute XX, um das Nachtdorf zu überspringen. Aber ich glaube, das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. So, dann nehmen wir die einmal da rein. Und die Barbaren, ach, die habe ich noch aus dem letzten Event, wo man irgendwas mit Barbaren machen musste, glaube ich. Jetzt muss ich mal gucken, wo der Lava-Launcher hinschießt. Okay, der ballert da hin. Denn der ist natürlich... Da sind meine Truppen sehr, sehr anfällig. Vor allen Dingen meine Kanonen. Och, wo geht die Kanone denn hin? Ach, da hinten. Herr Jemini. Okay, da haben wir aber schon mal die Meisterhütte. Da muss ich die Barbaren gleich, glaube ich, mal weglassen. Aber die sind in jedem Fall immer ganz gut für wenigstens ein paar Prozente. Und 47, dann haben wir einen zweiten Stern drin. Jawohl. So, und auch der Zerschmetterer da unten geht down. Jetzt habe ich allerdings ein wenig Probleme hier unten und kann die Kampfmaschine nochmal... Ach, ich kann sie nochmal zünden. Ja, dann tippt man natürlich immer rauf. Dann seht ihr das, dass ich mal ein bisschen warten muss. Und außen geht noch meine Kanone. Aber ihr seht, der Lava-Launcher, der muss jetzt eigentlich weggehen. Ach, schade, den habe ich nicht mehr geschafft. Der hat nicht so viele Trefferpunkte. Ähm, die Kanone fährt aber mal geschickt rum. Okay. Die Kanone fährt aber wirklich mal geschickt rum. 64 Prozent. Aber egal. Sollte ja nur der eine Stern sein für das eine Spiel. Oh, wir haben sogar gewonnen. Okay. Wir haben sogar gewonnen. Ich bekomme einen Yeti-Blimp vom Hans Moser. Dankeschön. Und dann können wir hier... Bevor wir das aber machen... Ähm... Oh, wir müssen Gold und Elex ausgeben, Leute. Wir müssen Gold und Elex ausgeben. Dann geben wir erstmal Gold aus. Ich gucke gar nicht hin. 14 Mille. Ich muss aber nicht mehr viel machen. Ihr seht das. Da ist nicht mehr viel. Und dann nehmen wir die nächste Kanone in die Pflicht. Ich habe auch ziemlich viel Bauarbeiter frei, sehe ich gerade. Ähm... Bop, bop, bop. Mauern, Mauern. 6 Mille. Ah, die kosten eigentlich nur 4,8. Wenn man weit genug im Pass ist, dann nehmen wir dann schon mal... Schon mal welche. Kann ja nicht schaden. Und die machen wir uns jetzt voll. Ähm... 126.000 Dunkles. Da kann ich nichts mit machen. Denn, ähm... Ich sammle mal so ein bisschen für meinen letzten Zauber hier. Äh... Das ist jetzt nur noch der Alter. 200.000 kostet der eigentlich nur. Jetzt kostet er wieder 250.000. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Das ist ja mein letzter. Und... Dann können wir hier jetzt in die Suche reingehen. Ich gucke noch mal eben in den Clankrieg rein. Der Gegner habe ich mir sagen lassen, kann nichts anderes als... Yeti, 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 Yeti Smash. 11,0. Okay, aber wir haben auch noch nicht so viele Angriffe gemacht. Geht in jedem Fall. Ich gehe mal kurz in die Gegnersuche. So lange ist sie gar nicht hier bei mir. Denn ich bin ja gar nicht so hoch in der Liga. Oder spielen jetzt heute so viele? Ah, ne, doch nicht. Es spielen gar nicht so viele. Ich habe eine ganz komische Armee am Start. Das seht ihr. Das ist noch Eventarmee mit den Hexen. Mit den Kobolden und mit den Parbolern. Das Event habe ich hier jetzt komplett. Ich wollte das in jedem Fall durchspielen. Und so habe ich immer eine Armee. Und wenn ich dann gewinne, ich glaube, ich habe einmal beim Avatar gestern nicht gewonnen, dann schafft man so ein Event eigentlich auch. 12 Angriffe ist gar nicht mal so viel, wenn man das denn so macht. Und ich muss jetzt gerade mal überlegen, was brauche ich eigentlich? Was brauche ich? Gold und Elex und Silber und Dunkles. Ich brauche mal wieder alles zu Anfang des Monats. Brauchst einfach mal alles. So, der ist mal ganz schick. Den nehme ich mal mit. Obwohl das mit meiner komischen Armee gar nicht mal so einfach ist. Aber das sieht schon mal da unten sehr, sehr gut aus in der Leiste. Alles am Funkeln und am Blinkeln. Also alle Helden-Max. Ich wollte gerade sagen, endlich. Aber hat ja lange genug gedauert jetzt. Und ich gucke mal, dass wir das Rathaus irgendwo mitbekommen. Was habe ich dabei? Zwei Sprungzauber. Okay, zwei Sprungzauber. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier außen kurz mal die Lager mit. Und da ist schon mal eine große Bombe, okay. Und so ein paar lasse ich mir von den Kobis dann auch über. Aber ich muss mal eben gucken. Tup, tup, tup. Da, da, da. Wir nehmen die Maschine hier. Wir nehmen die beiden Yetis dahinter. Und die Walküre so ein bisschen zum Aufräumen. Und hier können wir ja eigentlich ganz gut, ganz gut reingehen. Hier unten. So, wir haben noch einen Riesen. Und wir haben ein paar Helden dazu. Wunderbar. Und die lasse ich mir erstmal. Jetzt müssen wir natürlich irgendwo, irgendwo rüber springen. Da könnten wir springen. Das sieht ganz gut aus. Und hier soll die uns so ein bisschen den Weg frei halten. Ich muss mal eben gucken, dass ich das Rathaus einmal kurz in Frost bringe. Die gehen nach da rein. Gezündet. Und mal gucken, ob die da hinten bis da hinten hinkommen. Wollen wir mal schauen, ob die bis da hinten hinkommen. Aber das sieht auch, das sieht noch ganz gut aus. Hier hinten, wir können es jetzt ein bisschen wehtun am King. Und, ähm, oh, ich habe ja auch meine. Äh, 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 die muss ich jetzt noch verballern hier. Ähm, die muss ich in jedem Fall noch raushauen. So, den da hin. Zwei Barbaren. Ja, eben. Es ist manchmal auch immer so ein bisschen, so ein bisschen Event-Truppe dabei. Aber es sieht ganz gut aus. Der hat jetzt auch keine Clanburg. Und, da geht es in jedem Fall. Ja, den haben wir gut gemacht. Das passt so. Da bin ich schon mal ganz zufrieden für meinen ersten Angriff heute. Gar nicht mal schlecht. Noch nicht ganz wach, aber schon mal. Schon mal der erste Loot hier im Sack. Und natürlich, ähm, okay, elf Pokälchen. Ja, da hat einer zugeguckt. Wer auch immer das ist. Ähm, so, dann haben wir hier aber einen mehr auf dem Zähler. Oh, das ist aber schade, dass hier jetzt die Königin noch nicht auftaucht. Ähm, aber auch im deutschen Klein taucht sie noch nicht auf. Oh, okay. Okay, sure. Naja, kommt bestimmt noch später. Und, ähm, wie oft muss ich das hier noch machen hier? Zweimal noch, hurra. Dann habe ich das in jedem Fall geschafft. Dann bauen wir hier nochmal eben einmal Quick Training nach. Und können jetzt nochmal was ausgeben. Also, so schnell geht es eigentlich. So schnell bist du hier bei Clash of Clans wieder blank gespielt. Und 14 Mille. Dann gehen da nochmal zwei Mauern. Ihr seht, es geht dem Ende entgegen. Es ist zwar im Moment sehr teuer, aber man muss ja jetzt auch erstmal im Pass wieder ein bisschen weiter sein. Damit man überhaupt hier die Vergünstigung bekommt. Die erste Vergünstigung hole ich mir jetzt aber schon mal ab. Das ist die iGame Donation. Und dann kann ich meinen Mates hier auch wieder nett spenden. Also, wir werden erstmal ein bisschen spiegeln, denke ich mal. Die Challenges machen. Ähm, was haben wir hier? Zauber nehmen. Sweeper machen. Okay, oh Minions. Hm, nicht so meine Truppe. Naja, irgendwas, irgendwas lasse ich mir da einfallen. Wir haben jetzt in dem Fall alles eigentlich gemacht. Und, ähm, ich würde sagen, das war es erstmal an der Stelle. Ähm, ich habe übrigens auch ein paar Liga-News noch. Ähm, denn die nächste Liga geht ja jetzt los. Und, ähm, besucht einfach mal meinen Discord. Oder ich packe das mal in den Community-Tab hier auf YouTube. Es gibt noch Clans. Also, ich kenne noch Clans, die noch Mitglieder suchen ab Rathaus Level 7, um die Liga zu spielen. Denn, ähm, es wird ja wieder sehr, sehr Liga-lastig. Also, eine Woche Liga mit vielen, vielen Kämpfen, vielen, vielen Live-Angriffen, Live-Fails, Live-Dreistern und was auch immer. Und, äh, dann findet ihr vielleicht auch mit euren Charaktern noch den einen oder anderen Clan. Ich glaube, hier haben wir alles gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, es wird jetzt ein bisschen dauern, bis wir hier, ähm, wieder zu den ersten kleinen Errungenschaften kommen. Und, ähm, ich würde sagen, dann sehen wir uns in dieser Woche. Ähm, ihr solltet auf jeden Fall, was, was solltet ihr eigentlich? Ich wollte, ich wollte eins eigentlich nicht vergessen zu sagen. Jetzt vergesse ich es aber doch zu sagen, weil es mir jetzt gerade mal wieder nicht einfällt. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ihr solltet mir natürlich in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch mal wieder den Goldpass gegönnt habt. Warum habt ihr euch den Goldpass gekauft? Warum kauft ihr euch nicht? Ähm, ist auch verständlich. Also, ich bin jetzt auch keiner, äh, ich gucke keinen Schiefer an, der jetzt keinen Goldpass hat oder so. Ich spiele die anderen Accounts ja auch frei und ohne Pass, also beziehungsweise mit Silberpass. Und könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben auch, was ihr oder wie ihr den Skin findet. Hier, Diego hat es ja jetzt doch noch erwischt. Mit Diego meine ich natürlich den Sebelzahntiger von Ice Age. Ähm, denn so ähnlich sieht das ja aus, was ihr hier jetzt gerade so auf dem Kopf habt. Aber, äh, ist nicht so schlimm. Das ist ja schon, das Urzeittier gibt es ja auch nicht mehr. Okay. Ähm, wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, dann lasst mir einfach am Ende, das ist jetzt, ein Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns mit weiteren Folgen in dieser Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Nächst.